So, keine Ahnung wer er ist, aber Musik wäre geil. So. Scheitz! Ach, so. Kann ich gesehen wie viel MMR der hat. Supply mit kleinen Vieh. Rhino mit Panzern. Ich nehme den Rhino einfach. Crawler und Phoenix, ja toll. Speed. Tja. Zwei Scharfschützen. Oder erstmal abwarten und... Ich mach mal, ich warte erstmal ab. Die Frage ist, wo kommen die hin, ne? Ich lass die mal so stehen, dann kann ich die noch einsetzen, jemanden ablenken. Und ja, je nachdem, wo die jetzt hier rumhampeln, kommen die noch rein langsam. Ah, ich mach das lieber so. Ich weiß ja nicht, wie aggressiv er jetzt steht. Obwohl er hat Speed. Er wird wahrscheinlich aggressiv. Er wird sich wahrscheinlich aggressiv aufstellen, oder? Okay, auf einer Seite nur. Nicht aggressiv. Ah, Speed, ne? Speed ist halt Speed. Krass, okay. Aber mit dem Side-Winner-Manöver kriegen wir die alle, glaube ich. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir dann sogar die Vögel, wenn die wieder zurückkommen. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen tricky. Ich werde jetzt einfach aufgefressen. Uuuhh. Nun gut. Aber wir können dann eigentlich direkt einen reinsetzen, ne? Wenn wir Bock haben. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Rino ist ja auch geil, ne? Aber ich nehme lieber zwei Scharfschützen. Und auf jeden Fall den hier. Side-Winner wieder. Und wir wissen ja jetzt ungefähr, wie es läuft. Und vielleicht kriegen wir das so hin, dass wir ihn jetzt kriegen. Ich muss seiner Seite sogar hier schauen. Ja, jetzt noch Scharfschützen oder? Ne, wir brauchen... Ich habe einen Fehler gemacht. Wir brauchen Abwehr für kleinen Scheiß. Ich habe überhaupt keinen Clear. Tja, wenn die hier nochmal reindüsen von der Seite, dann kriegen die halt so einen nochmal weg. Und der kann eigentlich verkauft werden hier, ne? Jetzt wollte ich den gerade umstellen. Schauen. Okay, er hat jetzt Bock. Das ist ein Rhino. Oh, er hat direkt Börbelwind genommen. Na, wir machen zu wenig Schaden an den. Na, wir machen zu wenig Schaden an den. Der geht direkt zu den Scharfschützen rein. Autsch, autsch, autsch. Tja, die Rakete war eigentlich jetzt für die. Dann nehme ich auch mal Speed. Verkauf die direkt wieder, die werde ich auch verkaufen. Und dann würde ich sagen, ja, der ist natürlich ein bisschen fies jetzt. Aber es wäre doch jetzt nicht schlecht, wenn wir jetzt Mustangs bauen, oder? Ich mache jetzt einfach mal gucken, ob dabei rauskommt. Und die dürfen natürlich nicht sterben. Am besten. Vielleicht kommen die hier hin. Die eher, dass sie denen dann in die Flanke fallen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen ärgern hier oben. Aber ich habe jetzt noch nicht so wirklich eine Lösung. Hat hier noch was gemacht? Ne, er hat nichts gemacht. Raketen jetzt. Ungefähr so. Das gefällt mir doch. Ich hatte gehofft, dass ich ein paar Vögel kriege. Komm. Natürlich jetzt keine günstige. Was geht mit ihm? Er hat das Item. Okay, dann ist er auch verloren. Tja. Wieder so eine Situation. Ne, tausend Möglichkeiten. Was soll ich da jetzt machen? Tja. Wieder so eine Situation. Die Lösung ist wahrscheinlich wieder super offensichtlich. Und ich sehe sie wieder nicht. statt qualities. AchANG. Nichts. Lass uns mal so. Hast du noch mehr Mustangs, Mustangs? Dann mal gucken, es geht Er dreht halt völlig durch, ne? Heftig! Und der macht mich dann jetzt fertig Schon tot? Ja Keine Ahnung, das sind so Matches, das ist einfach alles zu viel Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du gemacht hättest Wenn das Schlimme ist, wenn ich mir das Video anschaue, dann denke ich mir immer so Alter, was ist mit dir? Auch bei diesem total zerstört 3 Jahre Urlaub Video Im Nachhinein denke ich mir immer so, ey, so und so und so und so Auch mit den Fangs, mit diesen Fang-Schwadrohnen da, die mich fertig gemacht haben Ich muss jetzt, ich muss mir irgendwie Ich glaube, die nächste Taktik, die ich mir mal aneignen muss, ist Ähm Mir so eine Step-by-Step-Taktik Eine aneignen, wie ich denke Halt, weil sonst bin ich immer überfordert Ich will immer tausend Sachen gleichzeitig machen Und vielleicht ist das auch mein Problem Ich muss einfach nur gucken, okay, du nimmst dir jetzt das vor Und das machst du jetzt, fertig Und dann kommt der nächste Punkt Bisschen organisierter halt, ne? Ja, ich probiere, ich denke mir mal was aus Ich denke mir mal was aus Weg von den Taktiken und dann schön, schön simpel einfach